So ihr Lieben, mich packt langsam echter Ehrgeiz in dieser Stage. Ich will das jetzt schaffen, mein Gott. Das gibt's ja gar nicht. Oh, genau, gell? Muss doch zum Machen sein. Jetzt hier schon zig Videos verplempern. Das ist doch doof. What the hell? So, jetzt aber. Ich werde dich töten. Mann, das ist echt schwierig. Ich mache jetzt schon seit einiger Zeit da dran rum, wie ihr ja wisst. Und irgendwie wäre ich schon froh, wenn ich ein Stückchen nur weiterkommen würde. Das wäre schon geil. Und ich will jetzt auch endlich, da muss ich doch irgendwas auswählen können oder so. Das muss doch Sache sein, oder? Ich verstehe. Oh, was ist das? Oh, seht ihr das? Was? Zur Hölle. Da muss ich hier hoch? Oh, wie habe ich das? Ach, mit Select geht das. Okay, dann kann ich sowas nehmen und dann kann ich... Oh, das ist ja geil. Ja, super. Ich habe mir schon gedacht, dass man da irgendwas auswählen kann. Oh, da war ich mir schon sicher, dass das irgendwie geht. Aber wie zur Hölle? Oh, Leben. Oh, das glaube ich jetzt echt kaum. Na super. Oh Gott, nein. Ich muss... Oh, ich musste das jetzt wieder auswählen. Und... Scheiße. Ach, kacke. Aber da gehe ich nochmal entlang. Das mache ich, ja. Es ist mir jetzt egal, wie viel Zeit das kostet, aber... Warum mache ich das eigentlich? Ist das sowas von bescheuert? Da hätte ich nochmal dieses Quackding ausrüsten müssen, oder was es war. Da muss man Select rücken, um das zu machen. Mann, ey, da brauchst du so viele Videos, um das rauszubekommen. Mann, das ist ja mal echt scheiße. Ah. So. Und das hier nehme ich dann am besten nicht, wenn ich hier so einen Stöpsel habe. Okay, Junge. Ich versuche es nochmal. Oh. Na, der war zu hoch geschossen, ne? Kann ich da unendlich? Warte. Oh, ich habe keinen mehr. Nein! Na toll. Na gut, dann gehen wir halt doch weiter. Ich hätte gerne die Leben eingesackt. Hätte ich wirklich gerne gemacht. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Warum kriege ich jetzt gerade immer diese Dinger? Weiß ich nicht. Leben, bitte. Leben, was anderes brauche ich nicht. Wie so ein Spiel. Scheiße. Na ja, jetzt kommt der Maulwolf-Uzzi. Oh, langsam kenne ich das Level bis dahin auswendig, aber... Na ja gut, ich gehe noch ein paar Mal kaputt. Dann mache ich mir keine Illusion. Kann ich das... Jetzt habe ich einen Schuss. Ach, weil ich die Gas-Dinger da einsammle. Das sind die Schüsse, die ich habe. Langsam blicke ich das, Leute. Okay. Nee, mag jetzt nicht funktionieren, oder was? Mag nicht funktionieren. Habe ich vielleicht doch zu wenig. Ach, keine Ahnung. Aber langsam komme ich da hin, da wird ja auch Zeit, ne? Ach, leck mich. Oh ja, toll, das war zu bescheuert. Der hätte mich eigentlich treffen müssen, hat es aber nicht. Ein Glück für mich. Oh, du scheiß Känguru-Uzzi. Nein! Mist. Also, wenn ich nochmal von vorne anfangen muss, dann mache ich das. Mit dem Gas-Ding. Oh, komm her. Wie? Wie, der schießt gar nicht auf mich. Was? Wie, der schießt nicht? Oh, der schießt gar nicht. Scheiße. Also, wenn ich den nicht berühre, dann schießt der auch nicht auf mich. Oh mein Gott, das sind die Kniffs. Das muss man auch erst mal wissen, echt. Okay, da, ich... Okay, da, ich... Na toll! Wunderbar, das sollte man mal... Was?! Was war das, bitte? Sieht's denn aus? Oh, beschissen sieht's aus. Wollen wir mich nicht fragen. Okay, höchst Konzentration. Na komm, ich geh da jetzt oben nämlich nicht mehr entlang. Das ist mir zu doof. Und hier schieß ich auch nicht mehr. Okay. Na toll. Toller Kniff, echt. Aua. Ja, sterben darf ich. Oh, hätte ich jetzt hier eigentlich auch nicht schießen sollen, ne? Ja, toll. Okay, die hab ich abgeknallt. Okay. Das ist ähnlich wie bei Ninja-Guiden. Oh, da muss ich aber früh hoch. So. Aha. Schon mal ein bisschen weitergegangen. Gekommen, meine ich. Aha. Okay. Aha. Jetzt hätte ich's fast wieder verpennt. Habt ihr das gesehen? Ja, den brauche ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe! Hilfe! Oh, ich hab's geschafft. Okay, den muss ich jetzt aber wirklich schaffen, sonst hab ich ein Problem. Oh, oh. Oh, what the fuck. Okay, wie das so ein Kollege? Mein Gott. Bitte lass mich den schaffen. Das wär toll. Oh, na super. Na, beste Ausgangslage, muss ich doch schon sagen. Oh ja, super. Oh nein. Bitte, bitte nicht. Oh, stirb, Kollege. Nein! What the fuck? Bitte nicht alles nochmal. Gut. Jetzt hol ich Konzentration. Ich schieß dir echt in die Eier. So ein böser Hund. Oh mein Gott. Nicht leichtsinnig werden, Steffi. Nicht leichtsinnig werden. Du schaffst das schon, wenn du nicht leichtsinnig wirst. Cooldown. Cooldown, Steffi. Du schaffst das schon. Ja, du schaffst das. Nein! Aber immerhin bis zum Endboss und langsam kenne ich das Level wirklich auswendig. Ja, sehr auswendig. Aber ich habe einiges herausgefunden. Und das ist doch auch mal was. So. Hätte ich mir eigentlich fast auch schon denken können, dass dieses Spiel Horror ist, wie jedes andere NES-Spiel auch. Jetzt bin ich zu früh gehüpft. Jetzt probiere ich das mit dem Geheimweg da. Ist mir jetzt egal, wie viel Zeit das eventuell in Anspruch nimmt. Habe ich Gas? Ja, Gas habe ich. Dann mache ich das. Okay. Ja, toll. Da sollte man auch hochkommen, glaube ich. Na, das war jetzt... Zack mal! Ja, und jetzt habe ich kein... Scheiße! Fuck! Toll! Wie blöd muss man sein eigentlich? Ich schieße jetzt mal einen Frust raus. Oh, es kommt mir nicht in die Quere. Ich sag's euch. Ich bringe euch alle um. Ja, da kenne ich nichts, du. Heute bin ich radikal veranlagt. Ja, ich knalle ab, was abknallen... ...was ich abknallen kann. Du, Miau! So, und den nimm mal auch noch mit. Weil ich doch so nett bin. It's time to love. Yeah, to say I love you. So. Okay, wenn ich Single spiele, irgendwie ein bisschen besser. Ja, auf den Trick, meine Fräulein, falle ich nicht mehr rein, ja? Und das Leben da unten gehört mir. Mehr. Die Punkte will ich nicht haben, aber das Leben will ich... ...will ich dann doch. Ah, ja. Ba, 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 ba. Nein! Oh, fuck dich damit. Ich kann mir nicht mehr... Nicht doch so blöde Fehlerchen machen. Oh, ich seh schon. Scheiße. Ich hab keine Zeit mehr. Daher, ciao.